Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Ich habe ein kleines Päuschen gemacht, bevor ich hier weitermache, um ein bisschen zu googeln und so, wie man nach Hammerfell kommt. Um ein bisschen wieder voranzukommen. Und bevor wir da jetzt reingehen, zeige ich euch das mal. Normalerweise klicken wir hier immer mit Links drauf. Wir kommen hier drauf auf dieses Menü. Und, ja, wenn wir mit Rechts klicken, kommen wir hier hin. Wusste ich nicht. Ich habe mir so einen Arsch gebissen, als ich das herausgefunden hatte. Wir sind ja momentan hier in Skyrim. Und wir sind hier, Rich Curry geht's da, bei Riften. Achso, dann haben wir Greenwall, Tymguard, Venomwood, Paragran Village, Dragonwood. Winter, da ist Winter, also. Und da ist Winterfeste. Äh, hier, äh, Lämmerstern. Hier ist Eislauf. Nice. Äh, Volker, Ramp, also Falkenring. Okay. Snowhawk, Schneefalke. Barborsten. Ah, okay. Markkart gehört hier noch nicht dazu. Doch, Markkart, Markkart, Sight. Regenbridge. Volitude. Ah, okay. Müsste ich hier nicht irgendwo, äh, Labyrinthion sein? Kenne ich ja noch aus Skyrim, also LSG5. Boah, lass mal, lass mal gleich, äh, wenn wir wieder zurückgehen können. Hallo? Hier sind wir schon, okay. Ich kann jetzt nicht zurück. Äh, the village of Greenwall in Skyrim province. The date is Labyrinth, 5th of Haffa in your, äh, based on the Airver... Okay. Nee. Muss ich hier drauf drücken. Exit. Ah, okay. Und hier Exit. Ah, okay. Aber, wir wollen das hier jetzt erstmal ausprobieren. Ob wir das schaffen. So. Wir sind hier wieder in einem neuen Dungeon. Mhm. Und mal schauen, wie gut wir uns hier jetzt schlagen. So, den haben wir erwischt. Und Steph hat er. Oh, da ist noch einer. Und der hatte 15 Gold. Yo, wir haben wieder Level Up. Nice. Äh, wir müssen hier Willenskraft steigern. So. Äh, damit wir hier Magic Defense mal auf Null kommen, müssen wir das sehr, sehr viel steigern. Kommt hier noch einer? Ich hab keine Ahnung, wo wir jetzt hier hin liegen müssen. Okay. Hier scheint nichts zu sein. Solange wir auf Goblins stoßen, ist mir das allerlei. Was ist denn, wenn wir hier lang gehen? Den Goblins kommen wir ja noch an. Ah, okay. Wir sind hier wieder. Ich glaub, das ist schon der Rand. Ah, okay. Groß ist das Dungeon hier nicht. Lass mal weiter da lang laufen. Hier, das scheint eine große Halle zu sein. Hä? So. Ja, eine große Halle. Mit nichts. So, wo sind wir jetzt? Na? Wollen... Ja, komm, wir gehen hier mal geradeaus. Hier. Ach ne. Ach ne. Läger. Boah. Äh. Nehmen wir alles mal mit. Nachtlinge. Ich glaub, wir gehen lieber wieder zurück. Da war noch ein Magier, glaub ich. So. Wo geht's zur Tür? Ach, scheiße. Boah, nein. Digga. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ah, nein. Ah, nein. Gehen die Goblins will ich noch zumindest kämpfen, weil dann kriegen wir noch... Wo sind die Goblins? Ja. Den haben wir. 15 Gold. Und ein Stab. Und der nächste. Da hat auch noch ein Stab. So. Ah. Diesmal kriegen wir 5. Willenskraft. So, Magic Defense sind wir zumindest jetzt auf 0. So. Hä, wieso sind wir jetzt auf einmal so wenig? Aber jetzt gehen wir raus. Das wollte ich wenigstens gemacht haben. So, und dann... Was ich am überlegen bin. Ich will nach Weislauf, ja? Äh. Okay. Ah, so können wir reisen. Okay. You have arrived the city-state of Viterun in Skyrim province. The date is Teardas, 15th of Harpfire, in the year... Also im Jahr dritte Ära, 389. It took 10 days to reach your goal, the heart of Skyrim, Viterun. With you, welcome. For travelers, we after a place of rest. Yo, hier speichern wir. Das müssen wir speichern. So. Was ich aber auch gegoogelt habe ist, wir können mit J bringen. Wusste ich gar nicht. So, sind wir jetzt in der Stadt Weislauf? Wir sind in der Stadt Weislauf. Allein schon von Karte, es sieht anders aus... Von der Map her. Es sieht anders aus als in Elders Cross 5. So, dann stecken wir mal die Wörfe ein und gucken mal, wie spät wir es jetzt haben. 1.51 Uhr haben wir es jetzt. So, wir fragen mal nach Arbeit. Wir müssen ja auch ein bisschen was machen. Dann, ich finde, da ist ein Aristokrat, äh, called Olle, over at the Crimson Griffin, that's just south of here, looking for someone who can find some last thing, from what I've heard. The job will pay very well for whatever it is. Grücklich von hier, okay. Dann fragen wir die hier mal. Äh, äh, Crimson-Dingens. Ich glaube, im Inn ist das. Crimson Griffin, genau. Äh, now I might be wrong, but I'd look south of here. Okay. Moin. Äh, ich glaube, das hier müssen wir vielleicht doch ein kleines bisschen runtersetzen. Weil es ruckelt schon sehr stark gerade. Ja, jetzt läuft es flüssiger. Ah, könnte das die Taverne sein? Ich hoffe, es ist. Äh, Crimson Griffin. Nice, wir sind richtig. Moin. Das ist bestimmte Arbeit für mich. Ja. Äh. Ähm, you have a kindly face, Nord, and I need a friend. You see, I loaned a package of sentimental value to someone in the basic provisions, and now I find I must have a bag. Would you get it for me? I'd be happy to give you 60 gold for its safe return, but I must have the package by mida sixteenth of half for you. Do we have a deal? Klar. Hm. So, okay. Ähm. Dann ist die Frage. Da haben wir das. Äh, you have agreed to get a packet from the basic provisions. Okay. Basic provisions müssen wir jetzt finden. Und hier schreiben wir dann auf, äh, Crimson, Riffson war das, glaube ich. So. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Äh. Ich glaube, das ist ein Equipment Store. Äh. Ich glaube, das ist ein Equipment Store. Die basic provisions. Genau. Die müssen wir finden. Hallo. Moin. Äh. Wo ist... Ich glaube, das ist ein Equipment Store. Äh. Die basic provisions. Genau da. Ich würde es nach dem Westen checken. Okay, Osten. Wäre schön, wenn mir das irgendjemand mal aufschreiben würde. Ja, das Westen. Osten. Da, da. Ja. Aber ey, geil. Wir sind in Weißlauf. Ne, ich glaube, das war ein Equipment Store. Moin. So, äh, Equipment Store. The basic provisions. Äh, you'll find that east of here. Okay, noch weiter östlich. Ich hoffe, das Gebäude ist es jetzt. Hallo. Der hat hier... einen Garten. Ja. Ich hoffe, das hier ist es. Der hatleo ist ja alles gut. Mmh. New Sun Wreath Rubbing. Das educateommt. ash. Ich will gerne hier ein paar Sachen verkaufen. Das hier... Äh... 15 Gold. Wir verkaufen mal alles. Oder warte, was hat der so ein Sortiment? Das wäre doch geil, aber kostet immer... Hier, Platte. Oh, den kaufen wir. Dann gehen wir mal hier. So, wo haben wir... Platte. Rechts. Nice. Hammer. Dann fehlt uns noch links, genau. Schulter. So. Äh... Warte, Plattenboobs, genau. Ja. So. Dann, wo haben wir... Platte, Platte, Platte. So. 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 Der deep world in Babayti Wir müssen auch ganz genau durchlesen, was wir dem da verkaufen. Weil, wie ich gerade sehe, können wir ihm auch das, was wir gerade ausgerüstet haben, verkaufen. Und das wollen wir ja nicht. Ah, wie viel Geld haben wir jetzt? So, Buckler können wir jetzt auch verkaufen. Noch ein Buckler. Ja, wir ziehen den Buckler ziemlich wie das in Jahren. Ich gebe dir 7 Gold für ihn. Ja? Okay. Noch ein Buckler. So, Kiteschild will ich jetzt mal lassen. Steff, brauchen wir nicht. So, Dagger brauchen wir auch nicht. Noch ein Dagger. Ich glaube, den Brooch-Sport haben wir. Die Shot-Sport brauchen wir nicht. Kiteschild lassen wir jetzt mal. Longshot brauchen wir nicht. Ah, den haben wir ausgerüstet. Okay. Dann lassen wir den hier. Äh, Borchheimer brauchen wir nicht. Äh, Potion brauchen wir nicht. Oh. Armor. Ja, wir haben bisher jetzt, äh, von, äh, Plate, Update Gauntlets, die brauchen wir. Ja. Nicht verkaufen. Zurück. Kai. Armor. So, was haben wir noch? Plate Gauntlets haben wir. State Boots haben wir. Power-Shield. Äh, Helm brauchen wir, genau. So. Äh, Datenhelm. Platten Reefs, äh, das ist für meine, okay. 80 Gold. Und, da war noch, äh, Kürras. Platten Kürras, Kürras. Äh, äh, da, da war es schon. Platten Kürras. Elbenkite-Shield. Äh, wenn ich Palo. 30.000 Gold für Elbenerz. Alter. Aber wir brauchen jetzt erst mal den Kürras. so. Jetzt. Wie viel Gold haben wir noch? 238. Oh, die sehen ja richtig scheiße jetzt aus. So. Der. Der. Ja, wieso geht hier jetzt minus eins? Hallo? 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 Hm. Charisma plus eins. Helf plus zwei. Okay. Heelmord plus zwei. No defense. Äh, two defense. Äh, plus null. Maximale Kürras. 136. Wie viel tragen wir momentan? Äh, 103 von 136. Ähm. Okay, aber hier sind wir fertig im Grunde. Okay, hier geht's wieder raus. Yo. So. Jetzt müssen wir aber das andere suchen. Warte, der kann uns bestimmt sagen, wo das ist. Äh, äh, the probyrus, äh, so. Ne, wo war denn das? The basic, genau hier. Äh, noch weiter erstlich von hier. Okay. Wie weit erstlich muss ich denn noch? Wenn wir hier drauf gucken, wie weit sind wir schon? Das muss dann wahrscheinlich irgendwo hier sein. das hier ist es. Äh. Ne, das ist der falsche. Aber dann ist es wahrscheinlich in diesem Gebäude. Wenn wir gleich einmal drum herum gehen, stimmt hier noch ein anderer Eingang. Genau hier. Dann muss es hier sein. Und ne, ist auch der falsche. So, äh, nicht hängen bleiben. Moin. So, dann kannst du es mir bestimmt sagen. Äh, wo war denn das nochmal? Da. Äh, Okay. Der hat es mir wahrscheinlich hier schon markiert. Ah, da. Okay. Moin. Das ist der. Alles klar. Moin. Moin. Ja. Ähm, du bist hier für das Package. Am ich richtig? Hier ist es. Tell Olle, ich sagte, thank you. Ist irgendwie was repariert werden eigentlich von denen? Äh, Ihr Tate Reefs does not need any repairing. Okay. So. Dann heißt es wieder zurück Richtung Westen. Bisschen Geld dazu verdienen, bisschen wieder Questen. Und dann würde ich sagen, sobald wir hier fertig sind, in Weißlauch, machen wir uns auf den Weg nach Hammerfell. Wo war denn der Laden noch mal, wo wir hin müssen? Äh, wo war denn der jetzt? Ah, Primson Griffin. Okay. An dem vorbei und dann nach oben. Noin. 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 Ja, sind sie schon gleich da. Ich will nur hier vorbei verlieren. Das war's. Yo! Moin! The note returns with my package. You don't know how nervous I was. Fearful you wouldn't be able to find the basic provisions or get back here in time. You have certainly deserved your 60 gold. I owe you more than you will ever know. Thank you, good note. Nice. Dann holen wir uns hier noch... ne, lieber noch nicht. Oder? Warte mal, wie spät haben wir's denn hier überhaupt? Jetzt in-game? 2.55 Uhr afternoon. Okay, dann holen wir uns ein Zimmer. Eben noch ganz schnell. Single. Für einen Tag. Jo, 10 Gold. So. Und dann... nein, das war nicht das. Dann... Camp for a while. Dann sagen wir mal, wir haben 10.55... äh, 2.55 gehabt am Nachmittag. Äh... Äh... Wenn wir jetzt... 12 Stunden pennen... Dann... 2 Uhr morgens... Das heißt dann, wir müssen... ähm... Wollen wir sagen, so viel. You wake up. Wieder voll. Und wir haben's 7 Uhr. Boah. Hab gut gerechnet. So, hier geht's wieder raus. Oder? Ja, hier geht's raus. Dann können wir hier wieder abhauen. Und... Ich würde sagen... In der nächsten Folge machen wir hier in Weislauf noch ein paar Quests. Und in der darauffolgenden... Fahren wir nach Hammerfell. Wir sind hier noch in Skyrim noch ein bisschen beschäftigt. Ähm... Es ist... Wohnt für mich ein bisschen so blockierend... Zu wissen, dass man nicht einfach so von der... Einen Stadt... Wir waren ja hier in Reach Curry Gate. Und waren die ganze Zeit nach Südwesten unterwegs. Wir hätten irgendwann eigentlich Sungard erwischen können. Hatten wir aber nicht. Was ist denn das eigentlich? Äh... Enter the name of the city or press enter key for a list. Tolly 2, Downstar, Winterhall, Snowhawk, Riftens, Fortbrand... Ah? Malten City? Aber Labyrinthian gibt es hier noch nicht. Okay. Ja wir sind ein bisschen hier in Weislauf unterwegs. Und dann machen wir uns... Auf der nächsten Folge hier hin auf dem Weg. So, Sentinel, Lionelune, Claystone, Sunk Eve, Dragongrave, Brigate, Delaine, KD-Merch, alles klar. Hier ist doch die Aligra-Wüste, oder nicht? Hier ist Strassenkai, ne ne, das ist nicht Strassenkai, das ist, äh, Strassenkai ist doch irgendwo hier. Das ist doch, äh, hier, äh, hier ist die Goldküste, das ist doch Hughes Fluch, oder nicht? In Hammerfeld. Hughes Bane. Draven, Regenstar, E-Linear. Nehme hier drauf drücken. Okay, passiert nichts. Aber dann alles klar, äh, in der nächsten Folge, wir sind hier noch Weißlauf erkunden, und dann geht's nach Hammerfeld. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deos, und tschau! Untertitelung auf Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020